das sind das laden wir mal da und für heute vor allem ist das ließ mit diesen unsichtbaren block denn der noch auftaucht man das spring ja das alles wird gut das weißt du doch ja ist klar ist nicht klar da bin ich einfach zu langsam noch top step intro warum ich auch immer warum ich so ich weiterkomme ja komm schon ich hätte glaube ich noch springen sollen auch glaube ich ja nicht deine mutter block deine mutter block das ist die isaacs mom deine mutter block isaacs mom isaacs mom isaacs mom isaacs mom isaacs mom isaacs mom isaac du bist behindert ich nein wie kommst du denn da drauf rektal rektal ich hätte das hätte speichern sollen verdammte scheiße ich hätte speichern soll löden ein hättest du nicht werde ich jetzt weiter gewesen leider aber vor allem in was für bereich du treffen musst dass du den block auch triffst und nicht den anderen ganz vorne links ach nee das ist voll geil ey ich hab das jetzt ordentlich zu springen aber was passiert ich springe mal gegen den anderen block gegen da war die pflanzen geschafft wir machen einfach mal nur ein save provisorisch verdammt kannst du mir mal bitte verraten wie man von dieser plattform darüber kommen soll und bin beim save ich weiß es nicht aber ich habe es auch irgendwie geschafft ich sag ja ich bin weiter frag mich nicht wie aber erst mal durch safen aber durch geht's bitte da wird man die kleinen dran zum block deine oma ist ein block das ist auch mit diesen unsichtbarkeitsblock um auf die andere plattform drauf zu kommen ja vielleicht ein bisschen verwirrt das bist du immer das wird das stück stück mehl 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 Dammt der axt bei 18 minuten sind wir jetzt naja sind wir 3 minuten ab sind wir 4te stunde jetzt ist auch gut ich schaff das grad hoch das ist nicht fahr direkt gegen die pflanzen gehen darf sowieso nicht groß sein ich weiß das meine ich auch nicht mal die zweite plattform bin immer die normalen helfen hier drauf sicher ihr habt doch einer wandern ihr spinnt doch ihr seid römer wie oft man die ganz schnell zeigen muss bei welcher plattform reihe bis jetzt bei denen du bist bei der ersten da muss er drüber springen über die pflanzen und dann runter fallen und da bin ich und jetzt halt weiter schon etwas noch meinst du drei stück wieder sind ja bin ich gerade auch jetzt weiß ich wie man das machen alles gleich raus hier seid doch schweiße ganz ehrlich es gehe ich in safe da hat das ist so lief aktivieren um hochzukommen ja klar aber ich glaube man muss zuerst irgendwie die vier aktiv du musst unten die vier aktivieren dann die 1 und dann die vier oben da musst du schnell wieder auf die 1 kommen damit du schnell über hinter den stein auf die vier wieder kommst die obere das ist so schwer da bin ich ja schon ich bin ja noch ein weiter ich bin auf der grünen platte da hinten ist so eine kack plattform aber die 1 verschwindet doch viel zu schnell nein du musst du musst einfach hoch springen dann kommt die dann kommt die ober vier auch hinterher ich bin da ja schon ab daher schon safe ja aber ich habe das nicht so schnell auf die vier hochzukommen danach wird es richtig fies erst ja das ist auch schon fies hier aber wie soll man dann bitteschön ah shit ey ich hätte lieber safen sollen nochmal hab ich hier gerade so scheiße gespeichert ne so einmal hier safen warte mal nein nicht da bin ich nicht zu weit gekommen wie kack ist das denn da unten um auf die untere letzte zu kommen ja ich weiß ich habe gerade glaube ich scheiße gesagt aber ich probiere es einfach damit da habe ich nämlich auch scheiße gesagt ah shit das geht ok ich muss ein bisschen reagieren wo habe ich den letzten safe natürlich da hinten wieso man denn da rechtzeitig rund bekommen ahahahahaha was kommt der danach ach du scheiße ich glaube ich muss nochmal einen anderen speicherstand nehmen ich brauche ich wieder groß drehen ich sehe mich nicht und spring voll gegen die pfanz ja und dann wieder auf den drauf springen ihr seid doch helden ja ganz ehrlich ich 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 ich